aber ich habe noch keine häschen gefunden ja sonst übertreibst du mit dem generieren und so und diesmal? nee weißt du ich dachte so hätt nix gesagt mach wie immer ja auch von default gedacht ja mach wie immer wie immer ist normalerweise bei dir übertreiben ja aber diesmal nicht das sind alles default einstellungen ich mach uns nur extra wüsste wir sind verwöhnt zettel sind verwöhnt von diesem spiel doch das gibt es ja sonst auch nicht dass man mehr am anfang hat das habe ich nur extra eingestellt naja also das leben ist normal nicht wie lange wird diesmal überleben? keine ahnung wieder spinnen gefunden ja ich mach erstmal f- ey ich hab gesagt fettes lagerfeuer hidden place n danke hui ja ich brauch mal licht du siehst richtig wenn das dann linksrum bei dir gleich anfängt zu brennen bei dir anfangen auch zu fäumen die dinge warte mal zeigt er jetzt auf einem map die maschinen an ok bei mir zumindest dann weiß ich auf jeden fall wo ich mein ding habe hier wurmlöcher sind verbunden eine evil blume aber diesmal brauchen die nämlich länger bis sie brennen ja du kannst hier auch noch austreten ne ok nö keine lust fuckelst dann nur wieder alles an mach ich auch ich find das gebiet hier eigentlich umschnuckelig das kann ich nur noch herstellen so das ist das denn fink f- ach nö komm schon ach ein speer kann ich mir schon mal bauen ein anzug wow ich mach schon mal holz für ne wenn du da dran stehst dann nimmst du auch schaden ok ich werde dir auch warm du leckst ach nö nicht schon wieder doch mach jetzt maul so ich geh jetzt einfach mal wieder zum lager zurück ne weil dir wird nämlich voll warm ist doch schön ich bin zu nah dran stehst die ganze zeit ich find das schön wenn mir warm wird doch ist ein frosch doch ist ein frosch lass dich da einfach mal brennen dit 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 so 3 gold haben wir schon wieder ja pisten am lager oder wo ne ich geh jetzt gleich zurück ach so hab ich dir versagt ich wollte noch den einen stein hier unten wegkloppen das ist auch ein goldstein und dann gehe ich zurück ich denk' dir den zu weißje ja das ist ähm nichts neues ach ne nehme ich noch den holzplack mit ja komm nö nö da kann ich mich schon zu hause ne kiste aufstellen ja du bist behindert ich weiß か pein 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 optimale pein pein mé was bist du was bist du mit Okay, da muss ich hin. Ey, meine Karte. Ja, ja. Beide wieder weg. Den steil nehme ich auch noch mit. Ja, mal was jetzt. Mach mal mal quer durch den Sonnfren. Äh. Ich werde darauf was auf, wenn ich nicht aufpasste. Na, dann pflanzt wieder zwei Barbar an, ja. Probieren wir mal, ob das funktioniert. So. Hehehe. Ab nach Hause. Hehehe. Hast du Flint gefunden eigentlich? Nö. Wir haben gerade die Baumstämme auseinander, von den Waschbären. Ich dachte, du findest Flint. Mann. Ich nehme gerade die Baumstämme mit dem Hammer auseinander. Okay. Und da ist Fleisch drin. Oh, machst du schon einen Hammer? Weil ich Stein gefunden hab. Ach so. Kann man dann schon Hammer bauen? Ah, jo. Damit kann man ja auch die ganzen Schweinehütten kaputt machen. Es wird dunkel, es wird dunkel, es wird dunkel. Es wird dunkel. Ja, nur dunkel. Meine Güte. Hehehe. Auch die Karte, ne? Dass sie immer so kurz verschwindet. He. Und Holz krieg ich da durch. He. Boah. Aha. Boah. Boah. Diese Aua. Darum? Ich hab grad in die Hosen gemacht. Wo ist denn der Blitz ab, leider? Ich so, ich brauch da einen Stein für, okay. Wurdest du getroffen? Ne. Schade. Ich brauch viermal, ach ne, das viermal Holz hab ich grad schon verbraucht. Okay. Jetzt brauch ich viermal Holz. Naja, Flint und Holz krieg ich recht gut da durch. Hallo Spindern, ich höre euch. Hallo. Na, wollen wir Freunde werden? Du und meine Axt? Na, wollt ihr Freunde werden? Dankeschön. Hallo Speer. Au, aua. Au, au, au. Au, au. Das sind zu viele. Gut, dass weh. Nein. Au, au, au. Au, au. Au, 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 au. Au, 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 au. Kann auch schon ein Lagerfeuer machen. Hi Abigail, na? Wollen wir Freunde werden? Guck mal Abigail, da bin ich noch ein Freund für uns. Ja, wir haben noch ein paar Freunde suchen. Komm, lass uns Freunde suchen. Komm, Abigail, da vorne sind Freunde von uns. Guck mal Abigail, da vorne sind Freunde von uns. Die Spinnen. Die Spinnen. Die Spinnen sind tot. Vielleicht ist schon wieder aufs Spinnenrausch. Ja. Hoffentlich kommt wieder so eine fette Mama, die will ich diesmal töten. Das so nicht, bist du zu blöd so. Ich brauche... Oh nein, ich brauche Holz. Nein, 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 nein. Und was? Essen. Bam, 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 bam. Kleiner Kackmaulwurf. Hehehe. Danke fürs Fleischmaulwurf. Der Maulwurf grad gekillt? Ja klar. Böse, böse, böse. Wo ist meine Axt? Hey Abigail, komm wir müssen schnell Holz suchen. Oh, da ist grad ein Blitz eingeschlagen. Aber nicht in mir drin. Du kommst anscheinend zurück. Hä? Du kommst anscheinend zurück. Nö. Ich renne hier unten immer noch. Alter, die ganze Zeit die Axt, ne, die verrutscht mir ganz aus den Händen. Ja. Ja. Wieso denn das? Du guckst immer auf den Regen. Ich hab 90... Ich hab gleich 100 Prozent. Ich hab 100 Prozent. Ja. Meine... Oh mein Gehirn, ne? Ey. Mein Gehirn geht runter. Aha. Ich muss schnell Feuer machen. Der Regen ist total nervig. So wie du. Äh. Die ganze Horde getroffen. Also ne Waschbeer wurde getroffen vom Blitz. Haha. Oh schade, lebt noch. Äh. Ey. Finger weg uns mal. Meifleisch. Kann ihn nicht angreifen. Ah. Survival? Wo ist er hingekommen? Da. Hä? Aber schön viel Essen ist immer da drin. Das ist dunkel. Ich hab Feuer. Flash hat Feuer gemacht. Buh. Aber vielleicht hat gleich kein Holz mehr oder was er reinschmeißen kann. Was schmeiß ich denn da rein? Oh. Ich hab das Schweinehaus kaputt gemacht. War ich nicht. Hehehe. Ethnic Feuer. Wow. Mein Gehirn geht ganz schön runter. Ja ja. Meins ist gerade unten. Ethnic Feuer. Gehirnfrost? Ja. Wie in der Nacht jetzt oder was? Hm. Soll ich den neuen blaues Licht herstellen oder was? Hä? Kann ich nicht herstellen. Ich hab mir gerade blaues Licht aufgestellt. Hey, mir ist kalt. Oh. Ja. Wir müssen jetzt dicke Klamotten auch kräften, ne? Winterklamotten müssen wir auch machen. Das weißt du, oder? Hm. Winterklamotten. Sommerfrost. Rain. Raincut. Das ist mir wieder. Ja. Ich bin.